Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Tekken 8 Online Ranked Video. Ja wie ihr seht spiele ich mit einem neuen Charakter und zwar mit Fang. Ja mal schauen ob wir Glück haben, denn wir spielen gegen Viktor Metal Gear Snake. Okay, nice, gekriegt. Okay, oh was dazu, homing? Powercrush, Powercrush, mein muss nicht machen. Krass. Bin ich da im Minus? Das weiß ich gar nicht. Hätte ich das mit einem anderen Schlag panischen können? Ah, okay. Na, komm schon. Explosion, echt? Haha. Hahaha. Okay, also er kann dort Explosion rein sprechen. Oh, gar nicht. Okay. Okay. Ja, weh. Okay. Ich habe guttos. Okay. GG, Viktor. GG. Suchen wir uns den nächsten Gegner. Okay, nächster Gegner, Kazuya. Au. Au. Wahnsinn. Das war ein Counter-Launcher bei... Oh Gott, und so viel Schaden. Whiff. Hellsweep. Na gut. Okay. Hä? Warum konnte er das starten? Okay. Ich glaube, der hat sich vertippt. Nice. Und macht er Laser? Guck mal, jetzt macht er Laser. Verdammt. Nice. Nice. Aber er wollte in den Plus reinstechen. Nice. Aber er wollte in den Plus reinstechen. Ah, was? Okay. Oh Gott, das Film. Komm her. Boah. Hellsweep. Okay. Bin ich tot? Ah. Dat. Foutch. Wow. 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 Verdammt. Eileige Scheiße. Nein, Bas! Oh, okay. Mensch, zweimal mein Heatschlag verkackt. Okay. Bagouche. Das sagst doch immer Mainz, Mainz, Wee. Oh man, okay. Na gut, GG. GG, Bagouche. Okay, nächster Gegner, King. Wahnsinn. Ah, der hat diesen neuen Biker-Kostüm. Okay. 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 Hey, but Pokes. Ak. Hai, kai. Moze. 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 Das war's für heute. ok Oh, ich hab nicht gedrückt. Pack. Pack. So spät gedrückt. Mensch. Schneller als der Schlag? Nein, nicht diesmal. Mensch, einfach ein Launcher nach dem Wurfabbruch. Ja, kann auch sein, dass das funktioniert. Und nochmal. Was? 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 Das funktioniert gleich hinterher? Meine Güte. Oh, 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 oh. Okay. Na, verdammt. Ah, woher kam denn Tio? Wieso hab ich da Tio gedrückt? Verdammt. Okay. Spannend gegen King. Ich glaub, das ist das erste Mal, dass ich gegen King mit Fang spiele. Na gut. Muss doch nicht sein. Ja. Na klar. Oh Gott, das will. What the fuck? Was für eine Reichweite. Hast du eine Reichweite, der Schlag doch hat? Ha, ha, ha. Wahnsinn. Okay. Na klar. Ich hab mich grad geduckt. Warum? Warum kam der Wurf durch? Ich hab grad blockiert. Was muss man denn da blockieren? Hä? Was muss man denn da blockieren? Ist das ein Wurf oder was? Au. Au. Oh, krass, dass ich jetzt nicht gesehen habe. Mensch. Na ja, panischable. Panischable. Mensch. Was wäre ein guter King? Aber ich noch nicht so ein guter Fangspieler. Mensch. Hm, wie kann ich ihn? Ergern. Krass. Wo wusste er? Okay. Oh, kacke. Das ist wirklich schlimm. Na? Nach unten zwei sehr mächtig bei King. Okay. Mensch. niedriger schlag hoch bin ich da okay und immer warum ist der schlag denn so verdammt schnell das ist eine garantie wenn ich in der mit treffer und er auf den boden landet ist der zweite schlag garantiert mensch dass wir das noch gewonnen haben gegen den king unglaublich tg tg okie dokie mein lieben freundin yoshimitsu mensch wahnsinn nicht mal ein pop okay gut blockiert nice oh gott er wollte den flash machen der bastarde okay okay mensch launcher das wird jetzt weh tun das wird aber nicht so gut tun da weiß aber scheit ok so sogar das weiß ja nice okay oh god genau wo ich meine den launcher machen wollte hat er gut reagiert oder ich hatte einfach noch pech mensch das war kacke ich habe blockiert ist das ein unterer schlag oder war das wegen den wiff okay ja 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 dann probieren wir den zu brechen wuch wahnsinn sehr starkes pop game gegen ihn sehr starkes pop game gegen ihn ja 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 ok launcher wahnsinn ja und der hat kriegt mich warst und den blockt er auch das Okay. Bam, bam! Okay. Nein, das! Das weiß er was zum Teufel! Nice! Mensch! Ihr kriegt mich so gut mit dem Launcher, das gibt's da einfach nicht. Und ich kann ihn einfach mit dem Launcher nicht kriegen. Boah! Oh, verdammt! Falschen Combo gemacht! Nice! Das ist mein Ende! Oh Gott! Nein! Nein! Verdammt! Ah, der will mich ärgern, weil ich immer die Würfe mache. Ja und? Seit wann ist... Ja! Boah! 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 Oh Gott! Jawoll! Jawoll! Mensch! GG! Yoshimitsu! GG! Krass! Okay, wir haben einen Aufstiegskampf und unser Gegner ist Lydia, Mensch! So, gute Frisur. Ah, hab ich mir gedacht. Mensch, das Ding ist so schnell bei ihr. Das ist unglaublich. Perk. Das war ganz schlecht. Na, komm. Muss doch nicht sein. Okay. Nice. Na. Oh, okay. 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 Oh, okay. Oh, Schmerz lassen. Ja, haha. Okay. Mensch, ich schaff einfach nicht meinen... ...meinen, äh, Lauf, äh, Plusframe raushauen. Gottes Willen, warum... Hm, mach ich das. Okay. Okay. Oh, Gott! Ein bisschen, äh, äh, falsche Kombos gemacht mit dir, aber gut. Naja... Nein. Mensch, was für eine Reichweite. Ich komm da gar nicht durch. Okay. Krass. Okay. Hörst du mal auf, bitte? Ich mach das zu spät, den Move. Das gibt's doch einfach nicht. Mensch. Oh, mein. Ja, Lydia, Lydia. 50-50, scheiße. Nicht aufgestiegen. Ja, aber gut. Probieren wir es nochmal. Ja, meine Nase. Hm. Ich kann sie bestrafen, wenn sie die Stances wechselt, aber ich bin da noch grad zu langsam. Seht ihr das? Okay. Okay. Mensch. Und ich komm ein... Ich kann da nicht aufstehen mit nem, äh, Schlag, weil sie mich da kriegt. Mensch. Das. Siehst du? Ich kann. Aber das. Ja, ich kann. Ich kann. Es ist nicht, dass du sein. Bäm, nehm das! Na gut! Wahnsinn, fast die Elfte! Oh man! Okay, Powercrash! Okay! Mensch, ich... Das ist ein Parry bei ihr, was? Die hat ein Parry? Oh, Wahnsinn! Oh, meine Nase! Mensch! Schaffen wir den Aufstieg? Das wäre schön! Dieser Schlag! Haha! Nimm das! Oh Gott! Verdammt! Mensch! Der hat wirklich gute Schläge! Ach, echt? Du hast du ihn! 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 Okay. 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 Wahnsinn. Oh Gott, ich Idiot, ich wollte den Lauf machen. Und ich habe so schlechte. Okay. Wahnsinn, das war ja übel spannend bis zum letzten Fight. GG, Lydia, GG. Ja, wir haben es geschafft. Ich bin beim ersten Match gleich auf Mighty Ruler mit Fang. Ja, macht übel Spaß mit ihm zu spielen. Hat sehr starken Poké. Und ja, ich finde mit ihm ist er ein bisschen leichter zu spielen als mit Raven. Auf jeden Fall ein bisschen leichter als mit Raven. Aber ja, meine lieben Freunde, wir machen hier auch Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere Tekken 8 Online Ranked Videos habt, dann würde ich euch die Videos empfehlen. Wenn ihr Bock auf weitere Space Marines Videos habt, da spiele ich mit dem Idel-Chiller gerade die Kampagne fertig. Dann die Videos. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also schaltet ein. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.